willkommen zurück zu kaiser zu mario wir machen weiter im wortens castle ja den partner mich jetzt schon mal auf ein computer hat sich am prozess ausgeschalten und ja ich habe das ganze spiel jetzt auch noch mal bis hierher von vorne spielen müssen jetzt auch für eine viertel stunde habe ich das jetzt noch mal bis hierher natürlich mit selbst dazu und so zeug ja halt auf die teufel ich will jetzt einfach nur ein bisschen zeit sparen auch deswegen mache ich auch vor nein so so tschuldigung was jetzt zu leid war ich habe mich konzentriert so morden wieder mal und noch einmal da ist er da und ab in die nächste welt was war das jetzt eigentlich gerade ja eine höhen welt na 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 du mein gott heute noch ich bin jetzt bisschen angepisst tut mir leid sorry es ist auch schon spät und ich habe eigentlich einfach keinen bock aber ich weiß nicht was ich sonst machen soll jetzt momentan was da aufnehmen ich freue mich schon auf morgen so stark wegen der sie es wäre aber übrigens auch erst in zwei wochen kommen also weil ich möchte mich erst in ruhe ein spieler mit fraps bisschen klack auf deswegen nämlich warte ich dann noch ein bisschen ich hoffe ich habe verständnis das ist mir so unter wasser auch unter wasser ja und der huhn lp ist auch da der thema stelle ich jetzt heute auch noch einen kanal auf spaß das mache ich jetzt dann wirklich der huhn lp ich erstelle jetzt noch einen schnellen kanal und meine retro game lp kanal erstelle ich jetzt auch dann gleich noch da mache ich jetzt dann noch ein schönes lustiges ankündigungsvideo weil ich habe jetzt einfach bock dass ich jetzt einen eigenen kanal habe ist schlimm oder findest du das auch besser das ist auch besser wenn ich meinen eigenen kanal habe schon oder an alle die jetzt mich abonniert haben bitte nein natürlich nicht deabonnieren das ist jetzt eigentlich doch mal zwei kanal zusammen mit der wg aber aber da ist der retro game lp oder vielleicht ich denke mir vielleicht auch noch ein kreativer namen aus na genau ich bleibe schon retro game lp sind ich mache da jetzt dann einfach ein schönes ankündigungsvideo und ja ja halt auf mein gott legt mich das spiel jetzt schon wieder auf keine ahnung ja ist eigentlich noch nicht spät ja unter drei nemer als mario gold auf mysteriöse typ den wir nicht kennen nein schaut sie nicht nach und ruft nicht an ja gut es ist eigentlich so schwer wenn du sagst du müsstest eigentlich normalerweise müsstest du die ganzen grünen sterne sammeln sonst kannst du das spiel nicht durchspielen aber ok ja halt bitte auf ich kann mich dann konzentrieren mein luft dankte scheiß grün scheiß arschloch viech so ich verarsche mich eigentlich gerade wieder selbst es ist nicht gut wenn ich das mache und da haben wir es geschafft vanilla dome 3 an das dem part lade ich noch auf interne freaks hoch und dann kommt retro game lp mache ich jetzt noch ein ankündigungsvideo und du dir mache jetzt zwei ohne scheißen kanal dann gell ich mach dir ohne scheiß so ein kanal gell ne doch nein ich mach nur jetzt dann retro game lp das mache ich ohne scheiß da ich bock drauf da habe ich jetzt keinen bock dass ich da runter gehe weil da das scheiße ist so 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung, können wir noch tun Ja ja Ich will noch 3 oder 3 4 3, ich weiß nicht mehr So Okay, das noch Was? Ja klar Luftlevel in der Höhle Ja Fuck logic Ich kann es nicht hören Bitte Bitte, das Lied ist so scheiße man Hallo Pst Pst Ach, so hat ich hätte es geschafft geschafft und im nächsten ab machen wir lemmy's castle also bis zum nächsten mal bis dann und